Liste Was haben wir von welchen mit? Von die Weltreise, alter Nee, ich bin auch abgehauen Wieso kann ich nicht fliegen? Na ja, so weit sollte er jetzt auch nicht fahren Na, ich glaube ich überhaupt nicht Ich bin noch zu hacken Runde anlass, starte Ring Countdown Wuhuuu Seht auf die Karte Der nächste Ring ist weit weg Auf die Karte In Karte Wir treten alle in die DAS Wir treten alle in die DAS Wuhuu, wir treten alle in die DAS Alle sollen wissen, dass Gibraltar einen fantastischen Tag hat Wuhuuu 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 Alle sollen wissen, dass Gibraltar einen fantastischen Tag hat Wuhuu Wuhuuu Wuhuu Wuh 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 Stbufe 2 Welche Wuh Wuh Kevin hat irgendwie geschossen, keine Ahnung. Ich aber sowas auch nicht. Dein läuft wer? Habt ihr leicht im Mund? Nein. Wir haben 45 Sekunden. Wenn ihr keine Roboterbeine habt, mischt ihr euch in Bewegung setzen. Da unten ist er noch. Ich höre hier welche bei mir, die müssen nur hinter sein. Der hat ein Headdy. Feind, da drüben. Feind ausgeschaltet. Rechte eine Seilrutsche ein. Husten, schnelle, werfen. Voll wohl hier oben, oder was? Steine Kontakt zum Feind her. Scheiß, jetzt kommt. Kevin, der ist oben auf den Vorsprung da, ne? Auf einem Down, weiter. Der ist halt noch um. Warte, ich komme, ich komme. Warte, hier unten ist noch. Auch hier ist eine Munition. Wo sind die hier in Labor zu genommen? Wo sind die auch dahin? Wo ist denn die Deathbox, die sich hier rüber will, krabbelt die Kleine. Hier ist der Kraber. Ähm. Aber warte mal, wo ist denn die Life-Line? Ich denke nicht, die Life-Line. Hast du da oben zwei Deathboxes? Ja. Ja. Die Zone kommt. Bois. Ich. Ich. Hier ist leichte Munition. Oh. Hier ist eine... Ewa. Ewa. Na ja. Hier ist gut. Wir können auch rechts rum, oder? Ne, das ist nicht hinter uns. Das ist links bei der Verwahrung. Das ist nicht hinter uns, das ist links bei der Verwahrung. Das ist nicht hinter mir noch. Die Interminere. Das ist nicht hinter uns. Ja. Das ist ziemlich. Oh, ich bin da! Oh! Oh! Gute Arbeit! Bist gut! Heile! Ah, dauert zu lange! Oh, ich bin zu wenig! Oh! Hab einen erledigt! Ich lade nach! Oh! 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 Eine Sekunde! Hier sind doch überall goldener Shit! Heile! Das dauert zu lange! Hier ist ein Triple Take! Noch Triple Take! Ich bin gleich da! Oh! Ich bin gleich da! Oh! Da hab ich mal mit dem... Oh! Von da oben! Von links! Oh! Von da! Was für Wichser alter! Komm auch mit zu uns! Ja, bin ich auf dem Weg! Hat jemand von euch Schildzellen? Ich ja! Ich hab gerade... Ich hab gerade frisch aufgesammelt... Eine Minute Amigos! Allein dem ich da runter hatte... Ganz nah! Ganz nah! Oh Gott, was leg ich hier weg? Hier ist der Lauchstabilisator! Heile mich! Ich brauche eine Sekunde! Ich könne meinen Schilden eine Aufladung! Ich hab den einen Hitt gemacht... Ist da einer? Ja, jetzt! Ja, ich los! Ich hab den einen Hitt gemacht... Ich hab den einen Hitt gemacht... Die Gehmaschinen drohen! Leute, ich bin gleich da! Heile mich! Heile auf dem Weg! Wir reparieren mal geschält! Er war wieder mal geschält! Wo sind die genau? Ich hab Ulti! Ich hab Ulti! Wo sind die genau? Oh! Da! Lagi Breiter ist down! Kevin, warte, 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 warte! Ich hab dich! Ich hab dich! Die Zone kommt! Das erste ist vorbei! Oh! 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 Wir haben das letzte Mitglied ausgeschleitet! Gute Arbeit, Team! Wer versprobt ist es? Ich hab große, ähm... Medi-Kids! Also, kann ich euch gleich welche geben! Da... Achtung! Nehmen wir diesen Weg! Heile! Das dauert zu lange! Hier! Hier ist ein Medi-Kit! Repariere! Heile mich! Eine Sekunde! Ah ja! Das dauert zu lange! Oh! Ist noch eine gute Runde, Alter! Ist noch eine gute Runde, Alter! Ich kann halt noch von hinten kommen, ne? Die Fighten beim Käfig? Ne, hab ich leider nicht! Hat mir leicht im Mund? Ne! Okay! Hier ist das eins! Achso! Wo war jetzt die... Da! Aber vom Käfig kommen auch welche, ne? Die haben da auch geballert! Hinter uns! Ja, dann lass den gehen! Ja, ich hab's gesehen, wie er da auch weggeblöse hat! Wo ist er? Wo ist er da? Oder ist er tot? Achso, der ist tot! Ja, dann lass uns doch Richtung Käfig gehen, da... da wurde gerade geballert noch! Wir haben nur eine Minute! Und der Ring ist direkt da! Und der Ring ist direkt da! Warte, mach ich mir mal ein Ulti beschlagen, ja? Boah, das hat sie auch richtig unter Druck gesetzt, das war so schön! Oh! Von... Moment! Wir wurden beschossen, ne? Von der Richtung, ne? Ja, hier wurde gerade, hier ist gerade so ein Querschläger eingeschlagen. Doch, der ist... Doch, war einer... Kevin ist nämlich dran vorbeigerannt. Aber wo? Von hier um irgendwo? Nee, der kam, der kam hier vor mir, ist er langgezischt. Da wurde auch jemand wiederholt dahinter. Hey, seht mal! Dann er hat sich ein Landungsschiff! Ohne kommt auf den Ball! Das ist hier unten! Der kommt hier unten runter! Und da! Oh, du wirst doch! Da oben! Der hat nicht mehr viel! Da ist er ich hab ihn aber ich bin selber dauernd wegen der schadzone der war sofort tot glaube ich hier ist noch eine Friedensstifter dran und da ist auch noch eine Präzisionszocke dran Scheiße Kannst du hier eine Zip-Line überbauen schnell Die Friedensstifter sieht voll geil aus, warte mal Ja wo immer gibt es keinen Slums oder? Das war noch da unten irgendwo Ja ich hab ihn gesehen War rennt er Der Ende ist da und Jawoll Das war anscheinend der letzte dieses Quads Nur noch ein anderer Squad übrig Muss nachladen Lade nach Hast du sie? Warte ich hab noch eine Ulti Ich kann die irgendwie Richte eine Seilrutsche ein Ja aber trotzdem Hier ist noch eine Mäste drin Flinte Ja wo ist er nur? Er schließt sich in einer Minute Ja er kann auch hier in die Mitte rein Da oben ist er Kontakt mit Ziel Der war da oben Ich stehe unter Beschuss, Freunde Boah, kacke in der Zeit Muss nachladen Die Ebene ausgeschaltet Das war's Tone kommt bald Du musst mich heilen Kurze Pause Zehn Sekunden Direkt nebenan Kein Problem Ich will mal eine Seilrutsche benutzen Ich zum Beispiel Jawoll Geil